Hi Leute und willkommen zurück bei Dead by Daylight. Bin hier gerade als Killer unterwegs und muss jetzt erstmal Meisterpropper jagen. Nee, nee, auf gar keinen. Ding Dong. Hast du das gehört? Ding Dong. Ja, hab ich gehört. Okay. Mir gefällt das irgendwie, mit der Glocke hier rumzulaufen. Das sag ich dir. Und hier so undercover unterwegs zu sein. Also mir gefällt der Killer hier am besten. Das ist der Geist und der kann hier rumglocken mit seiner Glocke. Undercover rumlaufen. Und Leute umbringen. Und der kann mit den Krähen reden. Also was heißt mit den Krähen reden? Ja, das war verkehrt ausgedrückt, aber... Kommunizieren. Aha. Hier sind zwei auf einmal. Ich bin ja noch in meiner Tarnung drin. Aber die sehen das auch. Also man sieht so ein bisschen den Rand von mir. In dieser Lage gerade. In meiner Lage. Sieht man trotzdem als Überlebende am einen Rand. Ding Dong. Ja, glock du ruhig mal rum. Das ist kein Ding. Bist du das? Nein, das ist jemand anders, oder? Vorne. Woher sind wir von mir jetzt? Gut. Einer ist schon am sterben. Nisi hat einen den Wecklopper. Okay. Toller Name. Wecklopper. Der läuft jetzt hier mit mir im Kreis. Nee, nee, nee. So geht das nicht. Oh. Daneben gehauen. Ach, verdammt. Tja. 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 Was wolltest du machen? Barrikade da runterwerfen? Nee, nee, nee. Jetzt erst mal ab mit dir an den Haken. So, warst du jetzt hier, ne? Ich glaub erst mal da und ärgere den, ja? Hau die ganze Zeit drauf. Ist doch unfair. Aha. Wer ist da beim Generator? Welchem Generator? Ich weiß nicht, worum du redest. Ja, ja. Was ist los mit dir? Wecklopper, ha? Was haben wir denn hier? Aha, warst du grad hier? Er hängt immer noch hier. Aha. Verdammt, wo sind alle hingelaufen, ey? Warst du das gerade? Mich hast du nicht erwischt. Du hast irgendeine andere. Ich sprich doch genau. Hier, da. Okay. Jetzt bist du dran. Ich lass die anderen einfach in Ruhe. Hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf. Was? Hör mal auf. Du bist doch mein Opfer hier, oder? Nein, nein. Meine Opfergabe. Opferlamm oder so? Hör mal auf, hör mal auf. Oh Gott, sag Gott, ey. Was ist denn los mit dir? Komm jetzt mit hier, komm. Verdammt, wo ist ein Haken? Wieso ist hier kein Haken? Nee, doch unten. Muss das sein? Kannst du nicht mal da in Ruhe liegen bleiben auf meinem Arm? Der ganze Killer wackelt hier total rum. Ey. Boah. Danke. Ich hatte verkehrt gedrückt. Ich weiß ja, dass man die auch kaputt machen kann, die Barrikaden. Ja. Schön. Ja, ne? Ich laufe extra dir hinterher. Ja, bitte, ey. Ich bin eben auch als erstes draufgegangen. Du hast mir nicht geholfen, das ist die Rache von eben, ja. Du hast mir nicht geholfen. Da ist ein Killer am Stab. Wie soll ich dir helfen? Ja, du hättest, keine Ahnung, eine Opfergabe bringen können oder so. Jetzt bleib doch mal da. Ja, das wackelt hier so sehr, wenn du so rum wackelst da auf meinem Arm. Tja, was soll ich machen? Ich muss mich ja irgendwo befreien. Nee, nee. Ach, das ist doch scheiße. Ja. Was ist los mit dir? Ich verliere kein Leben. Ja, ne? Aber doch selber verlierst du Leben, weil du am Haken bist, ne? Ja, ja, klar. Immer als andere jagen da. Gehen wir andere jagen, ja, ja. So, das hier wird auch kaputt gemacht. Auf jeden Fall immer als Killer die Barrikaden, die hier rumliegen, kaputt machen. Hm. Ding Dong. Moment. Ding Dong. Muss ja das sein. Ja, klar. Na, Mann, ey. Da kommt dir jemand zur Hilfe, oder? Ich hoffe. Geh mal weg. Nee, nee. Ja, ist doch unfair, die Scheiße, ey. Ich finde das immer super, ja. Die steigen dann übers Fenster, ja. Bringt dann auch ein Hieb ab. Hm. Oh, was ist denn los? So super ist das gar nicht. Doch, doch. Wo ist mein Haken? Gibt keinen Haken. Aber man kann das auch erkennen, was für ein Killer in der Lobby ist, ja. Nee, das ist doch scheiße. Und zwar sieht man am Haken, was für ein Killer gerade bei uns ist. Der ist dann immer anders, sieht dann immer anders aus, der Haken. Ey, wo ist die langgelaufen? Ach, wer hoppelt denn da? Wer bist du denn? Der reine Zufall. Oh. Aber du kannst ja nur den anderen zugucken, ne? Das ist ja hier anders als bei Freitag der 13. Da kann man den Killer ja auch nicht zugucken. Ja, in der privaten Lobby, ja, ne? Ja. Wow. Der reine Zufall. Hier wird niemand verfreit. Nein. 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 Was für Blenden hier mit der Lampe? Nee, nee. So. Ich bin so ekelhaft, ne? Wieso? Ich bin ein Killer. Ich darf alles, ja? Ich kann mir alles erlauben. Da sagt niemand was. Ey, nein. Da wurde jemand befreit. So, weg mit dir. Komm mal wieder auf den Boden. Der Tatsachen. Wo sind die hingelaufen? Verdammt. Aha. Das ist jetzt blöd. Verrate nicht. Wo ist mein Kleiner hier? Hingekrabbelt. Verdammt. Hier ist so hohes Gras, ey. Wo ist der Kleine hingekrabbelt? Hä? Kluges Kerlchen. Ja, ne? Ich hab jetzt alle drei verloren. Ich sehe, wo der jetzt ist. Überläuftig. Wurde. Nackenschlache. Das ist aber ein anderer. Der hat die befreit. Herrliche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, hier. Ja, was jetzt? Ich hab das gehört, ja, dass du da reingegangen bist. Beim nächsten Mal bitte ein bisschen leiser. So. Hauptsache immer noch ein Schlag hinterher, ne? Ja, und noch mal. Bin ja ein Camper, ne? Oder? Wie war das nochmal? So, wird der jetzt hier befreit, ha? Wir haben noch einen Generator zum Reparieren. Ich müsste mal gucken, wo sind die Ausgänge? Ausbluten? Achso, er blutet geradeaus, okay. Wo sind die Ausgänge? Ja, was machen die anderen, ha? Kannst du mir das verraten? Nee, kann ich nicht. Wieso? So rumfährt. Nein. Auf jeden Fall, ich fähr auf jeden Fall. Guck mal, guck mal, guck mal. Ah, ey. So. Was für? Was ist los, wie ist hier mit dem? Das große Krabbeln, oder was? Nein, ey. Das ist der nächste dran. Aber der Haken ist relativ weit weg. Oh mein Gott. Super, wirklich. Ich wollte dir noch was zu den Raben sagen. Sind das Raben oder sind das Krähen? Das sind Raben, oder? Das sind Rabenkrähen. Rabenkrähen, okay. Ich kann... Was heißt mit den Reden? Aber ich habe so einen Perk aktiviert. Dann sind die doch eher so lieb und würden mir verraten, wo die Überlebenden sind. So was ekelhaftes kann werden? Ja, ich habe jetzt hier keine Option oder so. Das ist kein Angriff. Aber die Krähen, die Raben, sind dann eher lieber, als ohne dieses Perk. Und das ist so, niemand darf campen, wenn jemand... Ich habe das gestern ausprobiert. Ja. Ich war 30... Ich war eine Minute in einem Gebiet, so 10 Meter Radius, so. Ja. Um das auszuprobieren, dann kamen auf einmal ganz, ganz viele Raben. Die flogen über meinen Kopf und dann kam der Killer zu mir. Ah, interessant. Das bedeutet, man darf... Man kann nirgendwo campen. Ja, sehr gut. Moment, wo ist der letzte Generator? Da sind mehr. Die sind so arm dran, ne? Beide haben vermuten, irgendwie. Ja, zwei, nee, drei Generatoren. Aber das haben die gut gemacht mit den Krähen. Auf jeden Fall nebenbei erwähnt, die heilen sich. Verdammt. Dann sind die ja zusammen. Aber niemand repariert. Was ist denn hier los, hm? Du bist aber irgendwo in der Nähe. Ja. Da war Herbstschlag bei dem einen. Bin in der Nähe. Das kann man so sagen. Etwas mehr Probleme haben, eventuell. Wir sind beide wieder richtig geheilt. Ja, was heißt Probleme? Zwei Hiebe und dann liegen die da, ne? Du geißt doch schon wieder in der Nähe. Oh, großer Gott. Beide zusammen. Kaputt, mach an, hier. Oh, der hat grotige Füße. Du kannst nicht bekommen, dass du da um die Ecke kamst. Ich hab nur den Schlag mitbekommen auf einmal. Er hat ganz ruhig geguckt, der Typ. Also nicht in die Richtung von, wo du kamst. Ja, keine Ahnung, was er da gemacht hat, ey. Ich hab den verloren. Nein. Da hast er. Nicht wirklich. Musikst du verlaut. Was hast du vor, ne? Verdammt, da ist die Luke. Ich bin grad grad vorbeigelaufen. Oh, daneben gehauen. Was ist das? Was soll das von denen? Läuft die ganze Zeit um tausend Ecken? Und die Kamera ist hier auf, ähm, von der Sensibilität. Ich bin grad mal auf die Hälfte. Das ist ein bisschen blöd, dann immer hin und her zu gucken mit dem Killer. Ich müsste das dann mal ändern. Weiß der ist nicht der Killer. Also sind die eigentlich alle... Ja, man hat ja andere... Sachen, andere Klamotten, ja. Für die Killer. Und für die Überlebenden. Ich glaub, ich hab irgendwie rote Augen oder so. Feueraugen, können das sein? Ja. Buh, ich bin ein Geist. Also rote liegt eher, äh, Geld. Aber okay, der ist Geschichte. Ja. Das bringt dem auch nichts, dass der, äh, die Heilung hatte. Nicht hier, nein. Hey, mein kleiner Rabe! Sag mir, wo der... Wo der... Wer ist denn hier noch am Leben? Der reine Zufall. Okay. Gucken, ob wir ihn per Zufall finden. Der hat ne Karte? Hä? Wie? Karte, Karte lesen. Irgend so ein Perk. Der kann ne... Der hat ne Karte? Aber... Der sieht... Ach, der sieht die Gegenstände dann. Wie die Generatoren und so weiter, wo die alle sind. Und die, äh, glaub ich, die Totems. Ah, okay. Aber wofür ist denn ein Totem? Ich weiß, wofür er ist. Wie ich es gesagt hatte, glaub ich. Ich glaub, das ist... Ja, nicht 100% sicher. Ich glaub, es ist die Luke. Alle Totems, glaub ich, kaputt machen, öffnet sich die Luke. Okay. Aber wie gesagt, nochmal wiederholt. Ja, ist tatsächlich so. Der ist weg durch die Luke. Ach, Mann! Und bam, herziger Sieg. So, wie viele Punkte haben wir bekommen? Dein Online-Killer-Rang? Ja, 19. Okay. Gesamtpunkte? Ordentlich, ordentlich. Wie bitte? Ordentlich, ordentlich. Ja, als Killer hier 17.000. Nur der reine Zufall hat mehr. Der war etwas klüger. Na gut, dann suchen wir nochmal eine Lobby. Bis zum nächsten Mal.